Das war's für heute. Mensch, also, ich muss ganz ehrlich gestehen, nichts lieber als das, wenn ich ehrlich bin. Ich kann's kaum erwarten, da runter zu gehen. Oh Gott, liebe Freunde, zum Glück seid ihr bei mir. Und ich weiß gar nicht, warum mir dieses Game hier so unangenehm ist, aber ich kann's euch versichern, das ist es. Okay, wir müssen vielleicht mal da vorne rausgehen. Können wir nicht! Verdammte Axt! Weil irgendjemand seine Scheiße hingebaut hat. Was ist denn das hier? Wir sollten uns das übrigens merken. Ich weiß gar nicht, in welchem Stockwerk wir hier sind. Ich glaube, im Zweiten. Okay, wir müssen dann doch wieder über diesen, naja, mehr oder weniger sporadisch eingerichteten Weg. Uwa! Hinaus. I see you! Hehehe. Ja, das tut weh, ne? Willst du noch eine? Weil's so schön ist? Uh, wow, das ging schnell. Was hab ich getan? Ich Monster... Ah! Hahahaha! Hochmut kommt vor dem Fall! Alter, sind die jetzt hier wieder alle am Start? Oder was? Und was ist aber, wenn ich das nicht möchte? Was ist aber, wenn ich da entschieden, was dagegen habe? Okay, ähm, wir waren im dritten Stockwerk. Hier ist der zweite. Können wir dann hier vielleicht raus? Hallo, Freunde. Ich bin wieder da, wieder da, wieder da, wieder da. Ach, den ersten Hit kriegst du, aber den zweiten nicht mehr. Oder auch gar keinen. Na, guck dir mal was ab bei deiner Schwester. Ach, hast du gerade. Ja, ich sehe. Och, Mensch. Was soll denn das? Wo soll ich denn dann hin? Sag mal, muss ich jetzt hier wieder zurück? Den ganzen Weg? Wahrscheinlich schon. Damit ich wieder durch diese Scheiße hier muss, ne? Oh, no. Bitte sag, dass das nicht immer alles ist, Alter. Können wir gleich mal renovieren. Wenn wir einmal hier sind, ne? Ich hab Angst. Ich hab ohne Scheiß legit Respekt vor diesem Game. Ohne Mist. Ähm, können wir hier, haben wir hier vielleicht noch eine Speichermöglichkeit? Ne, ne? So großzügig ist das Game. Ah! Ich habe es fast geahnt. Den habe ich fast schon kommen sehen, wenn ich ehrlich bin. Ei. Okay. Hier geht's weiter. Wir müssen wahrscheinlich von hier aus in den Keller. Leute, ich habe keinen fucking Clan. Okay. Geht einer auf Toilette anscheinend? Können wir vielleicht hin? Ah! Oh! Jason, Alter! Oh! Nein, nein! Oh, du bist aber auch nicht gerade von Schönheit gesegnet, mein Freund. Muss ich sagen. Nachladen, Zef. Nachladen. So. Mein Freund. Jetzt komm mal her. Hi! Oh, Alter. Was macht ihr da drinne? Leute. Ich vernehme säuisches Gegrunze. Heftig. Ich will, ich will raus. Ja, leckt mich. Ey. Mit eurer Scheiße. Okay, ich muss in den Keller. Oh, no. Oh, no. Irgendwo. Okay, das ist blockiert. Hier lang wahrscheinlich, ne? Fuck. War ich hier eigentlich schon? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keinen fucking klar. Ah! Oh, oh. Alter. Wie hast du das gemacht, Mann? Krasser Trick. Noch jemand hier? Ich werde es gleich rausfinden, ne? Oh, Alter. Gib mir doch mal einen Speicherpunkt hier jetzt langsam. Was ist das Spiel jetzt so sparsam? Das gefällt mir aber nicht. Werf ja auch mit dem Müll rumzukramen. Hier lang? Oh, Alter. Okay. Ey, ich bin total aufgeregt. Ey, ich bin hier auch voll am schwitzen. Ohne Scheiß. So. Hier runter, ne? Hier runter, ne? Hier runter. Ja, 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 ja. Dankeschön, dankeschön. Okay, was war denn unser letzter... Was war denn unser erster Speicherpunkt? Hier, der hier, ne? Apartments in der Flur. Auf Speicherslot 3. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Es lockt von der anderen Seite. Äh, Moment. Moment. Ich habe da etwas, um mir zu helfen. Anlockt der Tür. Vielleicht hätte ich hier nochmal speichern sollen. Das tue ich. Sonst stehe ich hier wieder davor. Und kriege den Schlüssel nicht ins Loch. Ich kriege den Schlüssel immer ins Loch, by the way. Äh, und zwar auch ins Richtige. So. Nein. Das. Okay. Man verliert hier so schnell die Orientierung. Also, Simon, reiß dich zusammen. Reiß dich jetzt einfach nur mal kurz zusammen. Oh, ich weiß, was jetzt kommt. Oh Gott, ich weiß es. Ihr wisst es auch, oder? Nee, doch noch nicht. Okay. Äh! Ih. Alter, der Grudge. Ah, Ih. Du bist richtig eklig. Nein. Nein, 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 nein. Was, 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 was? What the fuck? Alter, Alter. Drücke Maus 1, um dem Suizideinfluss zu widerstehen. Was für eine Kranke. Das musst du erst mal verarbeiten, ey. Oh mein fucking Gott. Okay, jetzt ist aber eine Spritze richtig notwendig, oder? Moment, wir haben das auf, auf dem Storm 3. Oh komm, hau rein. Ja, ja. Oh komm, die ganze Ladung. Tut richtig gut, Simon, ne? Wir müssen gleich wieder nachladen, ey. What the fucking hell, ey. Will hier vielleicht irgendwas... Hier wäre doch ein richtig guter Punkt, um eine Spritze zu platzieren, oder? Willst du dich auch? Oh. Oh. Ja, 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 ja. Nein. Simon, 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 Simon. Schieß, schieß doch. Oh, scheiße. Scheiße. Was ist das für eine abgefuckte, kranke Scheiße? Ganz ehrlich. Ach nee, jetzt hat er das nicht geladen. Irgendwer hatte mir von diesem, von diesem Bug erzählt. Okay, jetzt doch wieder. Alles klar. Ich darf mich so schnell wechseln. Sonst, ähm... Okay, kein Bock mehr. Oh. Da bist du. Hi. Ih. Ih, also. Schieß doch. Schieß. Oh, ey. Ach, die sind schon tot. Die hängen nur fest, oder was? Oder? Oh, mit denen ist nicht gut Kirschen essen, ne? Oh, ey. Das ist die eklig, alle. Ey, die Monster bei Cry of 4, ey. Ohne Scheiß. Die sind das absolut Schlimmste. So, jetzt da durch. Ich hab kein Leben verloren. Ich fack den Glückspilz. Oh, es geht immer noch weiter, ey. Das hört nicht auf. Es ist echt an jeder Stelle schrecklich. Da haben sie extra einen für engagiert, ne? Oh. Oh. Oh, no. Oh, okay. Wir müssen hier. What? Ei. Ei, ja. Got der Videotape. Jetzt muss ich nach dem Videogerät suchen. Okay, ich kann mich erinnern. Ich kann mich erinnern. Ey, unten spritze. Dankeschön. Dankeschön für diese Großzügigkeit. Jetzt müssen wir hier aber. Okay. Okay. Achso, das war die Tür von der anderen Seite. Tatsächlich. Hä? Wo zur Hölle sind wir gerade? Ah, okay. Äh, Magazin. Dankeschön. So wird mir in brenzlichen Situation auch helfen. Ähm, wobei ich gestehen muss, ich könnte hier ja mal nachladen, oder? Da hat sich irgendwer aufgehangen dort unten im Keller. So, wir haben noch zwei Magazine. Wir sollten das sparsam hier angehen. What? Muss ich nicht hin? Wie lang? Kamen wir hierher? Nee. Ja, wir kamen hierher. Okay. Äh. Ah. Ah, achso. Ach, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Ja, ist richtig. Sehr gut. Das macht natürlich Sinn. Dann können wir hier ja auch gleich speichern. Wenn wir einfach dabei sind. So. Vielen lieben Dank. Das klappt ja immer zum Glück wunderbar. Ich soll nach einem Videotape suchen. Und wetten ist das hier wieder alles voller Monster, ne? Weil wir uns hier keine Ruhepause gönnen wollen. Erlauben sollen. Wie auch immer. Okay. Suchen wir mal ein Videogerät. In irgendeinem fucking Zimmer. Oh Gott, ich ahne es schon. In dem Zimmer von dem scheiß Kinderschänder, oder? Ach du Kacke, ey. Okay, ich gehe da hin. Ja, das macht natürlich Sinn, da einen Videorekorder hinzustellen, ne? Boah. Wo war denn das? Wo war denn das? Ich glaube im dritten Stockwerk, ne? Hier kommen wir nicht durch, aber hier finden wir das Teil. Sehr gut. Okay, da weiß ich aber bescheidenermaßen, wo ich hin soll. Ähm. Und zwar ins Zweite. Und dann wieder diesen Aufgang nehmen mit den Brettern. Wenn wir es hier durchschaffen, lebend. Keine Monster? Mensch, Spiel. Ich bin enttäuscht. Nein, will ich nicht. Mach so weiter. Mach einfach so weiter. Ich hätte mich vielleicht bei den anderen Sachen jetzt ein bisschen besser umgucken sollen, aber... Nun gut, nun gut. Okay. Aber hier, hier kommen wir... Moment. Hier kommen wir rein. Sehr, sehr, sehr gut. Okay, hier ist der Aufgang. Ich vergesse das immer, wo das alles ist. Das ist so fucking verwirrend, ey. So, ist hier... Ist hier... Nee. Nur ein DVD-Spieler. Herzlichen Glückwunsch, Steph. Ach, fickt euch doch. Mist. Mist. Jetzt hätte ich bei den anderen Räumen gucken sollen. Ach. Ähm. Ist zum Verrücktwerden. Hier, 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 irgendwo. Da. Bitte Videorekorder. Bitte Videorekorder. Bitte keine Monster. Einfach nur Videorekorder. Ist nicht zu viel verlangt, oder? Hier. Die gucken ja alle nur DVDs. Die sind moderner als das Spiel... ein Vogel zu sein, was ich machen will, uns zugesteht. Ich... Keine Ahnung. Okay, Leute, ich suche mal einen Videorekorder. Äh, okay, liebe Leute. Ich glaube, ich habe es gefunden. Willst du mit mir gucken, ja? Nein, heute nicht. Du hast leider keine Tüte Schipps mitgebracht. Da muss ich dich enttäuschen. Geh bitte wieder nach Hause. So. Erkennt, wie ein Videotapes das ist? Simon, guck doch einfach mal in deine Tasche. Ganz ehrlich. So, Freunde. Wer bringt das Popcorn? Okay, das Kipper kann ich auch ohne, oder? Aufhängen ist zu langweilig, oder? 4, 7, 5, 9. 4, 7, 5, 9. What the fuck? Boah, ey. Ihr seid so kranke Schweine, ey. Ganz ehrlich. 4, 7, 5, 9. Ach, ach, für den Fahrstuhl. Ah, I see. Das macht natürlich Sinn. 4, 7, 5, 9. Ach, hier, das ist, das ist der Raum. Das ist doch tatsächlich der Raum. Okay, ich war im Falschen. Okay, 4, 7, 5, 9. Da müssen wir jetzt, glaube ich, ganz hoch wieder. Ich würde gerne irgendwo speichern. Kriegen wir die Möglichkeit? Bitte, 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 bitte. 4, 7, 5, 9. 4, 7, 5, 9. Haben wir uns das irgendwo notiert? Notizen. 4, 7, 5, 9. Ja, dankeschön. Okay. Äh. Dann muss ich jetzt wieder ganz zurück, oder? Ich habe keinen Plan, wie ich da jetzt hochkomme. Ich werde mich wieder mordsmäßig verzetteln hier. Ja, natürlich. Natürlich. Moment mal. Moment mal, da können wir doch, da können wir doch aber dahinter, oder? Äh. Können wir, ah. Ja, 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 genau. Natürlich, 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 natürlich. So, 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 so. Hier raus, hier raus, hier raus, hier raus. Und dann ganz hoch. Und ich glaube, auf dieser Seite war sowieso der Fahrstuhl. Aber um meine Sinne beginnt ich manchmal zu trüben. Mensch, jetzt kommt doch mal von dem Pott runter. Was ist denn los hier mit euch? Zu viel gesoffen, wahrscheinlich. Äh, 4, 7, 5, 9. War das richtig? Moment mal, ich probiere. 4, 7, 5, 9. Immer die, wir waren geilen hier. Der klingt extrem sicher. Okay, und runter geht's. Lass dir nur ich Zeit. Äh, ich, ich hab das nicht so eilig. Wie ich eilig bin. Wer hat das Licht ausgestellt? Und da sind wir auch schon. Übrigens, die ganzen Türen zum Ausgang waren blockiert. Wo zum Fick will der... Oh, du Scheiße, ey. Oh, du meine fucking... Hä? Noch mal, noch mal durch. Das Spiel kennt sowas von keine Gnade. Was ist das? Wer macht das? Das ist wie im Zoo hier. Das ist ein Affenzirkus. Oh, na, natürlich. Wir haben mal zugeschissen mit Magazinen. Das trifft sich sehr gut. Das ist sehr gut. Okay. Runter, 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 runter. Ich kann nirgendwo mehr hin. Ich hab keinen Ausweg. Ich kann nur runtergehen. Noch tiefer. Tiefer, tiefer. Wieder zurück in den Keller. Wetten? Wieder zurück in den Keller. Ich hab jetzt hoffentlich nichts übersehen. Das sind doch mehr Stockwerke hier gewesen jetzt gerade, oder? Das waren doch nicht nur vier. Alter, mein Herz. Ich glaub, wir wissen, was jetzt kommt. Oh nein. Oh nein. Jetzt aber. Ich glaub, diesmal... Ich glaub, diesmal hab ich recht. Okay, ich speichere mal hier. Wir müssen das hinkriegen. Wir haben sowieso keine Wahl. Scheiße. Mach ein Foto, Simon. Den Anblick wirst du so schnell nicht vergessen. Ihhh, Alter. Oh, 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 oh. Oh, wie kommt... Oh, 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 oh. Na, mein Freund? Oh, scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Oh. Ah, der hat da so eine Eiderbeule. Yeah. Ich weiß. Ich weiß es wieder. Ich brauch kein Licht. Ich brauch kein Licht. Nachladen, Simon. Keine Mütigkeit verschützen. Wir haben einiges zu tun. Wir haben einiges zu tun, Simon. Woah. Ja, 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 richtig so. Scheiße, das Magazin geht so schnell alle, deswegen wurden wir... Oh nein, Ren, Simon, ich hab keinen Outstopper mehr, ich hab keine Motherfucker. Ja, oh scheiße. Ohoho, Ren, Simon. Ach, oh, wobei, lass der Zeit. Okay, wir haben ihn zur Hälfte geschafft. Uh, ja, immer schön richtig auf den Pickel schießen, ne? Oh, alter Schwede. Ich muss meine Ausdauer regenerieren. Und vor allem mein Magazin nachladen. Hi, ich bin hier übrigens, hast keinen Bock mehr. Der ist nicht so schlimm. Ich kann dich auch... Ja, machen wir einfach so weiter. Ich bin noch da übrigens, merkst du? Merkst du, merkst du, merkst du, merkst du? Oh, scheiße. Alter, da ist nichts drin, hier in unserem Magazin, ne? Fuck hier, fuck hier, fuck hier, fuck hier, fuck hier, fuck hier, fuck hier. Fuck, fuck, der ist hinter mir. Oh. Oh, alter. So, auf die Pocke, auf die Pocke, auf die Pocke. Nein, nein. Nein, nein. Oh, alter. Scheiße. Verdammte Axt. Oh. Hinter, hinter, hinter. Das ist risky. Oh, das ist risky. Oh. Ach, das wäre doch nicht nötig gewesen. First fucking try, man. Oh mein Gott. Dein schöner Pullover, Simon. Ach, du Kacke. Ey, Freunde, wir haben unseren ersten Endgegner erledigt. Alter, ich bin schon wieder am schwitzen hier. Das ist ne Wahnsinn. Nee, du hast sie schlafen gelegt. Wer ist das? Relax, ich bin nicht einer von ihnen. Wer bist du dann? Ich bin niemanden. Was? Mhm. Du solltest nicht. Es ist sehr gefährlich. Ach, was? Warte, warum hast du eine Gasmaske? Bist du schuldig oder was? Ich sehe, wie ich ein Mensch. Ich kann dich nicht vertrauen. Ich weiß nicht, ob du wirklich bist. Just leave me alone. Okay. Was denn? Vielen Dank fürs Gespräch. Ach, Simon, jetzt tu nicht so. Als ob der der merkwürdige Typ hier ist, ne? Kapitel 2. Wer ist dieser Doktor? Okay, Leute, wir haben noch fünf Schuss oder keine Ahnung was. Kriegen wir hier vielleicht ein Magazin? Nee, kriegen wir nicht. Dankeschön, Spiel. Wir haben alles in diesen Typen reingeballert. Okay, Leute, ich werde jetzt speichern und dann mich in der Zufriedenheit dessen suhlen, dass wir gerade diesen Endgegnerplatz gemacht haben. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch irgendwie Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr fand es unterhaltsam. Ihr fandet es lustig und ihr fand es auch so schrecklich, wie es war. Wir sehen uns in der nächsten Folge, die hoffentlich dann mal ein bisschen näher kommen wird. Sorry für die kleinen Verzögerungen, aber ich bin gerade so ein bisschen im Stress. Also, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, Leute. Haut rein, du. Ciao.